Und was hast du? Wales & Wales Scheiße Ich bin blau und da kommen immer die Erinnerungen Naja, ganz früher haben Simon und ich Kathedralen entworfen Und wenn der Job erledigt war, dann hat Simon zum Heiligen Thomas gebetet Und ich hab mich besoffen Ich war damals das schwarze Schaf Der ganze Jesus-Quatsch konnte mir gestohlen bleiben Dann sagt Andrew Ryan, er will Wales & Wales für den Bau von Rapture Eine Kathedrale ohne Gott Ein Monument des Aufstiegs der Menschheit Die Baufirma hatte er schon, einen Kerl namens McDonagh Ich bin ihr Architekt, sag ich Und Simon zieht halbherzig mit Jetzt hab ich Mädels am Laufen Und er lebt in dem Wahn, dass er Seelen rettet Pfarrer Wales Haha Nicht zu fassen, dass ich mit so einem Tortell in derselben Fruchtblase war Das find ich ja ein bisschen gemein, aber nein egal Speichern wir mal ein Heckener Teil So, was ist da drin? 100 Dollar, 2 E-Spritze und 12 fallen ihn So, vor der Tür wartet glaub ich jemand Die überraschen wir mal mit einer kleinen Ladung Schrot Na komm Hallo Ne, da wartet doch keiner So Was soll ich denn hier machen? Ich glaub ich muss hier runter Oder? Ach stimmt, ich muss ja den einen Typen verfolgen Der ist da runtergegangen Okay, geh ich mal runter Ach wie geil mit der Lampe von meinem Big Daddy Boah, ist die Ey Okay Dich hacken wir mal Obo Ist da noch eins? Obo Da haben wir nur ein Mini geschützt Ah, verdammt A verdammt und B verdammt Probiert doch mir mal einen zum Wechseln Ich warne euch Und alle Ich hab alle selbst So, okay Ich liebe dieses Licht, das ich nur als Big Daddy mal Also Ne Dieses Licht, das ich hier grad mache Damit ihr aber was sehen könnt Guck mal, ihr da vorne sitzt Der Stuß ja eigentlich ganz dunkel Und jetzt, also das ist ja diese Dieses Visier vom Big Daddy Das macht ja so Licht, man Das liebe ich einfach So, bester Gin, den können wir mal ein bisschen nehmen Ah, da liegt ein Tonicum Hackers Die Light 2 Schon bekannt Äh Ach ja, das war mit Und Eve Genau Äh, ja, leider können wir jetzt gerade nicht nehmen Einen Genbank lagern So, nehmen wir mal den Bohrer Speicher mal Speicher mal Dann gebe ich ihm mal als gleiches Keine Steuhrwäsche, ne So, dann gebe ich ihm jetzt mal einen hier vor Mit dem Bohrer-Schwung Wow Verpiss... Ach, was ist das denn, Alter? Gell, komm mal her Pum, Alter, was jetzt? Komm 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 Den mach ich mit dem Bohrer kaputt, Alter Komm Komm Ich weiß, dass so viele Verpanzkissen aber... Was soll ich machen, ne? Wie ein Feigling? Nicht schon Was willst du denn eigentlich? Zack Ja, komm Ja, komm Wow, 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 wow Wow, wow, wow Verdammt, nur noch ein Verpanzkissen, das kann ich natürlich nicht machen Ich lad nochmal Ich fand's nur ganz cool Nein, 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 okay, äh Mini-Geschütz, machen wir mal Das war vielleicht ein bisschen übertrieben Ja Hallo, ich hab gesagt... Hallo? Komm, nochmal Komm, nochmal, komm Ach, komm schon Eins, zwei und drei Sicherheitskommando, machen wir jetzt auch nochmal Oh Oh Da Boah, der hat jetzt so Glück, weil ich hab grad abgedrückt Na komm, ich geb mir meine Speere auch wieder direkt Oh, Leggy Packen Aber ganz schnell Uh, ich brauch ja ein Medipack, ganz schnell was speichern Wo ist denn jetzt dieser komische Spasti? Was ist das denn? Wichser, so Wo ist denn der Spasti da dann? Ist das der? Ja, das ist er wohl Na komm, uah Ach, verdammt Na komm Okay Heute Abend hatte ich Kopfweh Und diesmal nicht vom Gejammer der Nutten Ich komm also rauf, um den Schmerz mit einem Drink zu killen Und da steht auch auf meiner Hausbar eine Flasche Messwein von meinem lieben Bruder Simon Und natürlich ist das Datum auf dem Flaschenetikett Der Zugangscode zu seinem Territorium 1919 Ich sollte den Scheißwein durch meinen Körper jagen Und ihm dann lauwarm zurückschicken So So Ich will mich eigentlich gar nicht mit Medipack an, aber jetzt einfach mal So, jetzt haben wir Code Da ist Big Daddy Ähm Glaube Delta Er lebt in uns und doch auch jenseits von uns Daniel fehlte er Pfarrer Simon Wales nicht Der Gläubige stirbt nicht in Furcht, so wie du Wir erreichen das Märtyrer-Tum Wow Ah, nö, ich hab jetzt gar keine Lust gegen so jemanden 1919, komm Mit der Maul, man, jetzt nervt mich nicht So, Bioshock Infinite Mann, darüber wollte ich auch die ganze Zeit jetzt reden Und zwar Bioshock Infinite So Ah, hinter dieser Kreuzung liegt der Rest der L.A. Und dort sind auch die Pumpen Moment Da hinten aus dem Pfarrer Wales und seine Glaubensfanatiker, die er für Lamb rekrutiert hat Alter Nein Das Spiel darf sich nicht aufhängen Nein Nein Ah, das Spiel hat sich aufgehangen, na toll Das ist dann wohl ein Zeichen für eine Aufnahmepause Dann sehen wir uns wohl in der nächsten Session, bis dahin So, zurück bei Bioshock, okay Glaube Delta Er lebt in uns und doch auch jenseits von uns Daniel fehlte er Pfarrer Simon Wales nicht Der Gläubige stirbt nicht in Furcht, so wie du Wir erreichen das Märtyrer-Tum So Äh, ja, zurück bei Bioshock 2 Die Sophia Lemp hat uns grad ein bisschen Hallo? Ah, wir können halt durch, naja, genau Die Sophia Lemp hat uns grad ein bisschen Unterbrochen bei meinem Willkommensgruß So, ich hab heute ein bisschen Warum hab ich denn grad den Knall nicht gehört? Naja, Moment mal ganz kurz Irgendwie die Audio-Einstellungen Mal ganz kurz überprü- Ach, komm schon Mikro, hallo? Ja gut, äh, eben mal ganz kurz die Audio- Ja, sei jetzt gut, eigentlich, aber irgendwie, naja So, ähm Ja, letztes Mal kann ich mich dran erinnern, dass Bioshock 2 abgestürzt ist Und Ich wollt grad sagen, irgendwie hat das keinen Sound Ha Ich glaub meine Kopfhörer Oh, Moment Irgendwie Meine Kopfhörer sind nicht richtig dran, na egal Egal Ich glaub ihr müsst das schon richtig hören Und ich hab auch so einen kleinen Husten Anfall, also nicht wundern Was war das denn? Sag mal ganz ehrlich, hab ich den jetzt angegriffen? Nein, hab ich nicht Deswegen lade ich jetzt nochmal So, weil der Anfang war jetzt sowieso ein bisschen dumm So, worüber hab ich denn grad geredet? Ja genau, irgendwie ist der Ton hier nicht grad richtig Eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht, na egal Mit dem Ton bei Bioshocks ist sowieso immer so eine Sache Was ich jetzt aber ganz eigentlich sagen wollte Und zwar Da schreien welche Letztes Mal ist Bioshock 2 abgestürzt Glaube Delta Er lebt in uns und doch auch jenseits von uns Und wir waren ja schon soweit Daniel fehlte er Ich erinnere mich Genau Der Gläubige stirbt nicht in Furcht so wie du Wir erreichen das Merktürertum Wow Äh Daran kenne ich schon Moment, wo ist meine Kamera? Na, erstmal ein Foto machen Nur auf Facebook stellen So Na komm Na komm Ach, der Ton regt mich grad so auf, ne? Du? Komm schon So, jetzt hab ich ihm eine schöne Kelle gegeben So, Gebenbank Brauchen wir nicht Letztes Mal haben wir den hier am Leben gelassen Und sei einfach weggerannt Was ist hier noch dran? Höh? Ah ne, okay So, Speere Ey, das Sound Ich muss wieder ganz kurz ein paar Stecker umstecken Oh, einen Moment So Ich müsste eigentlich jetzt wieder ein Jaja, schon okay so Wir haben doch gesagt, du sollst aufpassen Und jetzt sind wir sonst So Ach krass, der überlebt Einen Speer oder was? Hallo? Hallo? Krass, okay Ne, niemand Oh, ne, ne, gar keine Lust jetzt So, einmal und Zweimal, okay Äh, Speere Äh, Speere, ja gut Hat der auch noch Viele Speere müssten ja auch noch sein Ja, genau So Ähm, äh, ja, worüber war ich denn jetzt grad noch am reden? Okay, kurzer Leckbruch Moment, kurzer Framerbruch meine ich Und Also, Mora Treffstoff gibt's auch fast gar keinen mehr Ach, Kollege So Hier sind wir ja ungestört Oh, 317 Dollar Woher haben wir Ey, warum kommt hier kein Sound? Irgendwie, na egal Äh, Mora Treffstoff ist okay Wollen wir mal einer noch Okay So, was ich sagen wollte Hier waren wir ja schon überall Aber das Spiel ist ja Ach komm, ich sag's gleich So So, äh, hallo Wo ist denn der Spider-Splicer? Da unten, oder? Hier ist doch grad ein Spider-S... Na egal 1 9 1 9 Äh, wir waren beim letzten Mal schon hier So weit wollte ich's sagen Oh, oder vielleicht waren wir doch nicht so weit Daran ändere ich mich nicht